hey nein wenn man die pistolen wieder tausende essenz aber ich habe nicht genug wo irgendwie 1200 aber da ist ein relikt jetzt habe ich genug so wo war dieser baum hier abklingt zeit ist für kürze wirkungsdauer ist länger ich würde mal sagen das ist cooler g wieso ist das so weit weg man stellen wir das auf f f ist ganz cool wenn noch nichts auf f ist doch f ist hat auf auf was tun wir das denn hier auf g geht doch gar nicht klar muss denn hier geht echt ach so vielleicht sollte ich die einfach tauschen so so schaue ich mir das ganze mal an wo erwartet ihr feuer ja es ist ja fett manchmal muss ich sie auch exekutieren die gibt es glaube ich nicht in der deutschen version ich bin mir nicht sicher ich kann mich jemanden auseinandernehmen es da karl ist hier drüben oh 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 er hat mich hilfe er hat uns heißt es eher das nenne ich gut ausgelöst näh wieso halten die eigentlich zwei schüsse ab aus verstehe ich es gar nicht so ich möchte aber nur eine haben nicht schlecht wo ist denn das licht her da das ist doch auch so scheiße schon wieder das licht ist echt nervig zu wenig essenz hier übrig hier ist ein relikt okay in diesem abschnitt ist ein relikt okay jetzt haben wir eine shotgun wer zum teufel hat dich engagiert zwifty du siehst nicht schlau genug für so eine aktion aus leck mich du warst schwach ich habe es ausgenutzt und jetzt bringe ich es zu ende nicht mehr als nur kugeln um das ding zu erledigen keine sorge jacky ich finde schon irgendwas oh mein gott beeil dich verdammt noch mal für dich estacado du dämlicher fleischklub oh shit oh ja das ist sehr gut nicht dass es mich erwischt ich stecke fest ich stecke fest okay wir sind wieder im geschäft ah okay boah krass oh ich hätte das ding getroffen scheiße ja er nennt uns äffchen ey wo ist der Typ oh die hier lassen es krass oh hey estacado fang ah ups verzeihung oh fick dich estacado so leicht kriegst du mich nicht oh guter schuss äffchen oh ja ein normaler mensch ich werde bestorben BÄM BÄM wo wo wer was ach da ja was legt er sich mit mir an ey 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 aha aber hier muss doch irgendwo noch ein relikt sein ja okay ah da 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 so das eine relikt haben wir hier ja gut moni probleme haben wir nicht jenny ja wir sehen irgendwie jenny wieder keine ahnung wieso also unser verstand verlässt uns so langsam also das der spielt uns ein paar streiche hey ratengesicht wo warst du so lange jenny hast du auf eine andere freundin gewartet komm setz dich zu mir ich würde dir ein bier ausgeben aber vor morgen wäre das verboten oh ich verliere meinen scheiß verstand das ist jetzt nur los ich hab dann Carlo gefragt ob ich in deinem Geburtstag frei bekomme er wollte mir erst blöd kommen aber mein Bambi Blick hat ihn total umgehauen er will dir sogar einen Kuchen backen ich dachte du könntest vielleicht in meine neue Wohnung kommen und wir könnten uns einen Film ansehen hallo hallo erde an Jackie geht's dir gut jenny passiert das wirklich ja du und ich jung und verliebt siehs ein du hast wirklich Glück jung brutal gut aussehen oh ich liebe dieses Lied tanz mit mir Jackie komm schon schneller du kannst das ich glaub an dich das ist ich weiß nicht was das hier ist es ist mir auch scheißegal ich denke jeden Tag an dich Jenny jede Sekunde an jedem Tag du bist so lieb Jackie hab ich dir das je gesagt du spielst den harten Typen aber tief in dir schlägt ein weiches Herz weißt du das was mit dir geschehen ist war meine Schuld Jenny hör dir das Lied an hör auf die Worte ist das nicht wundervoll ich wünschte ich könnte alles ändern ich wünschte du würdest leben ich sollte eigentlich tot sein Jackie wir sind nun zusammen das ist alles was zählt das bringt ihn irgendwann noch um ich erinnere mich immer noch an unsere erste Begegnung weißt du noch die anderen Kinder haben mich geärgert nur du nicht du du warst mein einziger Freund du hast mich gerettet Jenny und ich hab dich sterben lassen okay nein 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 Giancarlo kommt erst in einer Stunde zurück wieso kommst du nicht rüber für einen Moment wie wär's mit einem Muffin oh sie verschwindet hinter einer Tür das könnte ja ich wusste es verdammt du wirst getäuscht lass mich allein du bist allein übel warum sehe ich Jenny was weiß ich häppchen hier gibt es zwei relikte okay je mehr ich sammle desto mehr skills habe ich hier frei ist es gut ich habe hart schlechte laune weil jackie hat schlechte laune ich habe gute laune das spiel ist gut ausnahmsweise mal hätte ich nicht mit gerechnet also eigentlich schon weil es viele gesagt haben aber dass ein shooter mich wieder hier so mir wieder so spaß macht ist echt habe ich halt nicht mit gerechnet hier ist doch wohl noch ja so fokussieren ach so finde ein weg ins lagerhaus ok 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 so wie bekomme ich denn so ist es aus erst mal eben das herz ausreißen es funktioniert erstaunlich flüssig nachdem ich die steuerung bisher umgestellt habe für mich finde ich finde ich super ich habe nicht genug essenzen ok dann nicht das ist so richtig kacke das ist so richtig kacke das ding ist auch die tür ist verschlossen ja ok dann hat sich das ganze erledigt was ist oh damit hätte ich arbeiten müssen ja ja dann ich will die waffe gar nicht das ist das ding was ist das ist ein motorblock aber ich glaube da hinten ist was habe ich einfach so was war das denn habe ich so das gefühl auch eine neue waffe und dann ist licht her ich habe gefragt ob du was gehört hast was ist denn hier was ist denn hier oh komm die schüsse her wo ist er friss motorblock bitch alter das licht ist aber auch hart nervig hier so der sound hier ist auch schön wuchtig falls ihr versteht was ich meine also ich die pistolen sound sind manchmal in vielen spielen so 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 flach fühlt sich so flach an hier ist nichts drin du enttäuscht mich spiel nein wo sind meine pistolen da nein und sie na super oben bestimmt ich will die nicht verlieren da da ist ein essenz skill umwandler gelöst es liegt hier eine uzi die will ich gar nicht das ist auch Vielen Dank.